Herzlich Willkommen meine Damen und Herren zu unserem kleinen... Wie siehst denn du schon wieder aus? Na, dem Wetter angepasst. Du hast meine Hemd an, also ob es Skifahren. Willst du jetzt Skifahren oder Schlittschuhlaufen im Juli? Ja, bei 17, 18 Grad ist mir kalt Roland. Du, wir erleben einen Hitzesommer. Ja, ja, einen Hitzesommer. Dann zieht er bitte ein T-Shirt an und nicht ein Ski. Nee, ich will nicht. Ich habe manchmal den Verdacht, du leugnest ein bisschen das Klima. Nein, aber mir ist kalt. Ich habe gestern ja sogar beim Grillen die Wollmütze aufgehabt. Ja, so kalt war es im Sommer. Hast du gestern gekriegt? Ja, klar. Ja, ja, so gestern schon. CO2, Feinstaub ist dir alles wurscht? Kein Problem, Gasgrill. Ich habe Gasgrill. Wo kommt das Gas her? Wie kommt? Das war aus der Flasche. Jetzt macht man eine Flasche. Und wie kommt das Gas in die Flasche? Ich habe keine Ahnung, Roland. Wahrscheinlich machen irgendwelche Gasarbeiter da irgendeinen Hahn auf. Ja. Und wenn das von Putin kommt? Ja. Oder vom Trump-Fracking? Ach so, du meinst jetzt auch das Gas ist belastet. Ja, natürlich. Irgendwelche Gasfaschisten hauen das in die Luft. Ja gut, also Roland, da kann ich nicht dran denken. Ich habe vier hungrige Mäuler. Wir grillen gerne. Das ist doch alles sicher. Du denkst nicht an die Zukunft. Ich habe die 50 Würstchen da drauf gehauen und das war wunderbar. Wir hatten einen wunderbaren Abend. 50 Würstchen? Ja. Ich habe vier Kinder. In so einer Plastikpackung? Ja, selbstverständlich. Eingeschweißt. Und wenn das Plastik im Indischen Ozean landet? Ich habe es nicht im Indischen Ozean geschmissen. Sondern? In die Mülltonne, Mülltrennung sogar, Verpackung. Und wenn die Müllmafia es in den Indischen Ozean schmeißt? Oh, naja. Da kann ich mich auch nicht drum kümmern, Roland. Ich kann doch nicht an der Mülltonne aufpassen, ob die Müllmafia vorbeikommt. Und wieso 50? Ich sage mal, bist du vier Kinder, ein paar Gäste? Da brauchst du ja echte Massentierhaltung. Naja. Denk mal, wie schmutzig und wie die überhaupt. Auf der Alm. Na gut, auf der Alm sind sie wahrscheinlich nicht aufgewachsen. Ja, warum nicht? Die Schweine. Warum nicht? Ich bin einfach zum Markt und habe wie immer diese Plastikpackung genommen. Ja, weil du nicht nachgedacht hast. Du, Roland, ich kann mich da nicht drum kümmern, Roland. Ja, ich kann mich da nicht drum kümmern, Roland. Ich habe andere Sachen zu tun. Und außerdem… Warum nicht vier? Es reicht doch vier. Zwei für dich und zwei für deine Frau. Ja, gut. In Zukunft. Ja. Aber mir ist es egal. Ich kann dich auch trösten, wenn du so dir Sorgen machst ums Klima. Ja. Jetzt hat die Frau Schulze, oder wie sie heißt, unsere Umweltministerin, hat ja jetzt angekündigt, jetzt kommt die CO2-Steuer. Dann blech ich die und dann ist gut. Dann muss ich mich um die ganze Müllmafia, um den ganzen Krempel, wo der Kram hinkommt und die Schweinewürstchen eingeschweißen nicht mehr kümmern. Dann habe ich das bezahlt. Aber deine Kinder? Du hast vier Kinder. Ja. Und wenn ich das jetzt mir vorstelle, pro Kind, sagt der Club of Rome, 60 Tonnen CO2. Das sind bei vier Kindern 240 Tonnen. Schlagen wir nochmal. 20 Prozent. Fast 300 Tonnen CO2 wegen deiner Kinder. Ja, kannst du die nicht beherrschen, oder was? Oh mein Gott, das ist ein Haufen Zeug. Das sind ja Züge voller Autos von Gewicht her. Ohne Kinder hättest du ohne weiteres auf den Malediven fliegen können. Ja, da hätte ich auch das Geld. CO2. Du meinst also, die CO2-Steuer wird für jemanden wie mich sehr teuer? Also ich hoffe, dass das beim Kindergeld direkt abziehen. Weil das ist ja Schweinerei mit den Kindern, dieses CO. Oh Gott, jetzt sehe ich meine Kinder mit ganz anderen, nicht mehr so liebevollen Augen. CO2 schleudern. Was muss ich denn, womit muss ich denn so rechnen konkret? Du weißt, ich habe so viel Geld. Was muss ich denn jetzt zahlen? Was wird denn vom Kindergeld abgezogen in Zukunft vielleicht? Na ja, das kommt darauf an. Ich meine, die werden ja wahrscheinlich so eine Art CO2-Steuer-Jahresausgleich machen. Und dann wirst du bestraft für dein Plastik, deine Würstchen, deine Kinder. Also ich gehöre nicht zu denen, die sich da zurückkriegen, wie die Frau schon gesagt hat. Ja, das mit dem Zurückkriegen, wenn ich ehrlich bin, glaube ich nicht so wirklich dran. Das sagt man jetzt. Aber das ist, weißt du, das ist ja beim Solidar, weil du denkst ja auch so beim Solidar nicht. Ach so, genau. Ja, das glaube ich auch nicht. Wir haben einmal das Benzin teurer gemacht für die Rente. Aber mittlerweile ist Benzin teurer und die Rente teurer. Also zurückkriegen, glaube ich, wäre es nicht. Und wie viel muss ich zahlen? Mach mal Butter bei den Fischen jetzt. Aber die muss ich rechnen. Also das ist dann wahrscheinlich viel. Ja, das haben wir gerade ausgerechnet für so eine Familie wie für dich mit vier Kindern. Also mit zwei Kindern würde ich sagen 1.000. Mit vier Kindern bist du 1.400 Euro jeden Monat. Im Jahr? Ja, sagt die Akademie der Wissenschaften. Im Jahr oder im Monat? Im Monat. Ja, was meinst du denn? Was meinst du denn, wie das ist mit dem Klima? Das Klima ist nicht umsonst zu haben. Du bist überall sparen. Bei den Würstchen, beim Gas, bei der Wollmütze. Aber nicht am Klima sparen. Ja, das muss ich ja dann automatisch. Weil wenn ich 1.200 Euro irgendwie jeden Monat aufbringen muss, dann gibt es keine Würstchen, keinen Urlaub, kein Auto, wenig Klamotten und es wird ganz schön trüb bei uns in der kleineren Wohnung. Das kann sein. Oh. Aber möchtest du auf dem Klimakrill landen, da ist Würstchen gegrillt werden vom heißen Planeten. Da gehe ich in den Keller. Da ist Überschwemmung. Ach du lieber Gott. Ja, das stimmt. Also wenn wir nichts machen, wird es dann wieder so warm wie im Mittelalter? Ja, das war eine fürchterliche Zeit. Das frühe Mittelalter war entsetzlich. Ja. Ja, da gab es überall Wein. In Schottland, in Ostpreußen, in Oberbayern. Die Wikinger haben Grönland besiedelt, weil kein Eisdauer. Stell dir vor, die haben alle Wein statt Bier trinken müssen. Ja, und wie haben die das Klima wieder runtergedrückt? Ja, die hatten das damals unter Kontrolle. Aber wie? Ja, das weiß ich auch nicht. Aber die Tagesschau sagt, das Klima ist außer Kontrolle geraten. Also wenn es jetzt außer Kontrolle gerät, haben die das früher irgendwie im Griff gehabt. Die haben wahrscheinlich so einen Thermometer. Im 16. Jahrhundert. Ja. Das weiß ich auch nicht, wie die es gemacht haben. Aber unter Kontrolle haben sie es gehabt. Es wurde plötzlich kälter. Ja. Da würde ich jetzt gerne mal wissen, wie die das gemacht haben. Wahrscheinlich auch mit so einer Art CO2-Steuer. Ja, genau. Und dem 30-jährigen Krieg, dann waren sie alle weg, dann war es irgendwie. Oh Gott. Das ist aber jetzt ziemlich weit gedacht, oder? Ja, ich folke. Und da, sondern das hilft, dass es wichtig. Enhung. Dorf gaz... Die Zeit zu titularischen Schicht.